Hallöchen Freunde, ich wollte euch nur ganz kurz darüber informieren, dass es gleich ab 20 Uhr einen spontanen Livestream geben wird von mir. Ähm, ja, worum wird's gehen? Wir werden ein bisschen ältes Live ganz gechillt zocken und ich werde ein bisschen mit euch über den XXLTuberday quatschen, über verschiedene Dinge, die so auf uns zukommen, äh, auf, ähm, äh, also in die nächsten Zeit. Äh, und, äh, wir werden dabei einfach ein bisschen zocken. Der Stream wird nicht besonders lange gehen, also ich denke so ein, zwei Stündchen. Äh, und dann schauen wir einfach mal, was so kommt. Ähm, wenn ihr dabei seid, schreibt's in die Kommentare, guckt unten in die Videobeschreibung, da müsst ihr einfach nur draufklicken, dann kommt ihr direkt zu meinem Twitch-Kanal und, äh, dann, äh, quatschen wir noch zwei Stündchen irgendwie. Ich erzähle euch ein bisschen was wegen XXLTuberday. Wir zocken da mal so ein bisschen auf Raifs Server und, äh, schauen einfach mal, was so passiert. Ich freue mich auf euch, würde sagen, bis gleich zum Stream und, ähm, jo, haut da rein. Ich freue mich auf euch, würde sagen, bis gleich zum Stream und, äh, wir sehen uns auf den nächsten Mal.